ARD Der Tagesschau-Podcast am Morgen. Heute ist Mittwoch, der 21. August. Jule Schöning aus Köln und Moritz Zacho aus Hannover sind für euch da. Genau so ist es. Schönen guten Morgen. Ihr hört uns in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. So, Jule, alle Daumen sind gedrückt, dass die Kids bei dir in Nordrhein-Westfalen heute einen guten Schulstart haben. Die wären jetzt bestimmt lieber in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg oder Hamburg. Denn da können die Ferienkinder noch ein bisschen länger ausschlafen. Frag mal meine Tochter, die freut sich schon sehr. 8.15 Uhr geht's los. Daumen sind aber auch gedrückt für alle Kita-Kinder im Land, dass alles glatt läuft und jemand da ist, der sie heute betreuen kann. Arbeiten mit Kindern, bis der Arzt kommt. Leider ist nämlich genau das traurige Realität in deutschen Kitas. Was sind das für alarmierende Zahlen da bitte, die die Bertelsmann Stiftung aktuell vorgelegt hat? 30 Tage im Schnitt mussten sich Kita-Mitarbeiter im vergangenen Jahr krank melden. Nur mal zum Vergleich, in allen anderen Berufen waren es so etwa 20 Tage. Die Arbeit in Kitas macht also deutlich häufiger krank als woanders. Ja und ehrlich gesagt, da denkt man schon fast, ein ganzes System kollabiert langsam, oder? Es vergeht fast keine Woche mehr, auch hier bei uns im Podcast, in der wir irgendwie nicht über das Chaos in den Kitas sprechen. Zu wenig Plätze für die Kinder, Personalnotstand. Und jetzt geht's denen, die zum Glück ja noch da sind, anscheinend auch immer schlechter. Verlässliche Öffnungszeiten einer Kita, das gibt's ja nicht mehr so wirklich, hat man das Gefühl. Heute sieht der Alltag zunehmend so aus, das schildert diese Kita-Leiterin hier aus Hessen. Das kann sein, dass sie am Montag um 12 angerufen werden und es gesagt wird, bitte holen Sie, wir haben niemanden da. Ja, das ist ja genau das, was den Familien gerade noch fehlt. So ein Anruf im eh schon vollgepackten Tag, spontane Hitzewallung dann bei allen Eltern, die sich in Windeseile umorganisieren müssen. Und sehr oft fließt da ja auch sicher das ein oder andere Tränchen bei den Kindern, an die müssen wir auch denken, die können dann ja ihre Freunde nicht treffen. Genau, und das ist wirklich, muss man sagen, für niemanden schön, vor allem auch nicht für die Erzieher und Erzieherinnen, denen es gesundheitlich ja nicht gut geht und die sich immer häufiger krank melden. Da muss so viel nicht okay sein an den Arbeitsbedingungen, den veränderten Anforderungen. Schauen wir doch mal, was da so körperlich und mental los ist bei den Kita-Mitarbeitern. Die häufigsten Gründe für die Krankmeldung auf Platz 1, Atemwegsinfekte. Das kann man ja auch nachvollziehen, weil sie sich dann durch den engen Kontakt bei den Kindern auch schnell anstecken können. Und dann auf Platz 2 folgen aber auch direkt schon psychische Erkrankungen. Und die sind im Kita-Bereich in den letzten Jahren stark und auch überdurchschnittlich angestiegen. Bettina Pappert ist Mitte 50 und Erzieherin in der Kita in Frankfurt am Main. Und sie erklärt uns mal, warum die Belastung so gestiegen ist. Es gibt immer mehr Kinder mit Förderbedarf und Kinder, die auch sozial auffällig sind, die einfach auch mehr brauchen. Und da reibt man sich dann schon auf, weil man das Kind natürlich sehen möchte und ihnen auch die Chance geben möchte, gefördert zu werden. Und das macht es dann schwierig. Ja, total nachvollziehbar. Man kann sagen, da beginnt dann irgendwie wohl auch schon der Teufelskreis. Durch die kranken Kollegen und Kolleginnen steigt die Belastung natürlich für die, die da sind. Und ganz ehrlich, in fast allen Umfragen geben Erzieher und Erzieherinnen immer an, wie sehr sie ihren Job lieben. Und das muss dann ja auch echt hart sein. Du hast einen Anspruch an deine Arbeit, na klar, und kannst ihm nicht gerecht werden, weil es einfach zu viel ist drumherum. Eine vernünftige frühkindliche Bildung und Förderung ist da irgendwie nicht mehr zu denken. Die Bertelsmann Stiftung hat doch mal nachgerechnet, wie groß die Betreuungslücke eigentlich ist. Und bundesweit wären im letzten Jahr rund 100.000 zusätzliche Vertretungskräfte nötig gewesen, um eben die ganzen Ausfälle einzufangen. Und die Kosten liegen dabei fast 6 Milliarden Euro. Tja, und was also tun? Die Leute, die jetzt die Studie gemacht haben, sagen, der Bund müsse Städten und Gemeinden und auch die Bundesländer dauerhaft mit mehr Geld unterstützen. Denn nur so könne es genügend qualifiziertes Kita-Personal geben. Und das wird ja dringend gesucht. Und es müsse da ein bundesweiter Standard für die Vertretungsregelung her, damit die Qualität auch stimmt. Mehr Geld, das ist natürlich auch eine Forderung der Erzieher. Da sagen viele, ich mache hier so einen erfüllenden und auch wichtigen Job. Aber so formuliert das diese Kita-Leiterin aus Bielefeld, da fehlt einfach auf die Anerkennung. Was ich total wichtig fände, ist, dass der Erzieherberuf aufgewertet wird. Einmal so vom Finanziellen her, die Gehälter zum Beispiel, oder einfach auch die Wichtigkeit. Es ist einfach eine sehr anstrengende Arbeit, die viel Opferbereitschaft erfordert von jedem Einzelnen. Ich habe mal in der Kita hier in Köln Plakat hängen sehen, auf dem drauf stand, stark genug, um eine Erzieherin zu sein, verrückt genug, um genau diese Arbeit zu lieben. Das mit der Stärke allerdings kommt jetzt so an seine Grenzen, haben wir eben gehört. Hoffen wir fest, dass die Kitas und ihre Teams schnell Aufwertung bekommen, Hilfe und Unterstützung. Das wäre so wichtig. Ganz anderes Thema. Falls ihr euch bis Sonntag auf den Weg nach Köln machen solltet, wundert euch nicht, es ist kein Karneval. Es ist Gamescom-Zeit. Schön. Da tanzen wir doch direkt eine kleine Tetris-Runde, oder Moritz? Ich bin auch immer so fasziniert von der Gamescom, muss ich echt sagen. Ja, weltweit größte Messe für Videospiele ist da gestartet. Heute erst mal noch für die Gaming-Branche selbst. Ab morgen dann für alle Besucher und Besucherinnen. Spieleentwickler aus 64 Ländern kommen da zusammen. Das ist ein Aussteller-Rekord dieses Jahr. Bis zu 300.000 Gaming-Fans werden erwartet. Und viele von ihnen verkleiden sich dann immer so richtig aufwendig. Meist im Outfit ihrer Lieblingscharaktere aus Videospielen. Und Jule, da gibt es sogar eine Halle, in der sich die Cosplayer, also das sind ja die, die sich dann verkleiden, die treffen sich da und machen dann auch noch Fotos mit den Gaming-Fans. Das ist nicht dein Ernst. Ich habe gestern sogar zwei Cosplayer hier schon auf der Straße. Stehen sehen. Ich merke auf jeden Fall schon die Begeisterung bei dir. Dann musst du natürlich auch endlich mal nach Köln kommen, Moritz. Ich muss ja gestehen, ich bin jetzt nicht so ganz so drin in dieser Spielewelt. Also Tetris schon. Aber wer Kinder hat, der weiß natürlich, irgendwann muss man sich damit mal beschäftigen. Denn sie verbringen relativ viel Zeit mit Video- und Computerspielen. Vor allem die 10- bis 17-Jährigen daddeln im Schnitt so etwa eine Stunde und sieben Minuten pro Tag. Heißt es vom Statistischen Bundesamt. Jungs dabei auch viel häufiger als Mädchen. Hinter dieser Stunde und sieben Minuten, ich glaube, da verstecken sich jetzt auch einige Kinder, weil sie sagen, ach, ein Glück ist es nur so wenig, die daddeln ja wahrscheinlich viel mehr. Naja, aber vielleicht entwickelt sich aus dieser Begeisterung ja auch mehr, denn viele machen ihr Hobby zum Beruf. Denn die Gamescom wird nicht nur von hunderten Herstellern genutzt, um ihre Spiele zu präsentieren, sondern es gibt auch einen Jobmarkt. Also IT-Fachkräfte werden ja händeringend gesucht, auch im Spielebereich, weil künstliche Intelligenz ein immer größeres Thema wird. Und das hat Felix Falk schon vergangenes Jahr gesagt. Er ist Geschäftsführer des Verbands Game. Weil einfach die großen Spiele, die wir sehen mit den epischen Geschichten, mit den Universen, die man begehen kann, nur möglich sind zu gestalten, zu entwickeln, indem man auch künstliche Intelligenz dabei nutzt. Ja, und dass sich ein Arbeitsplatz in der Gaming-Branche lohnt, das zeigt der weltweite Umsatz. Denn da sprechen wir von fast 10 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Das ist etwas mehr als die Unterhaltungssparte Literatur umgesetzt hat und mehr als doppelt so viel im Vergleich zur Spielwarenbranche. Klingt auf jeden Fall sehr lukrativ. Wir haben da auch mal nachrecherchiert, dass die Branche nach Jahren des Wachstums momentan einen Dämpfer erlebt. Während der Corona-Pandemie haben echt viele gezockt, na klar. Und ihr Geld auch dafür ausgegeben. Da gab es auch viel Zeit in der Zeit. Aber das lässt gerade nach. Kleine Spieleentwickler sind pleite gegangen und große Labels haben reihenweise Angestellte entlassen. Und deutsche Spieleentwickler sind auch nicht unbedingt die Größten. Da wäre der Jobmarkt dann wohl doch eher im Ausland. Ja, das stimmt. Deutschen Entwicklern gehören so etwa 5 Prozent des weltweiten Umsatzes. Und in Kanada und den USA gibt es einfach viel größere Hersteller. Die haben es da, muss man aber auch sagen, leichter, weil es in Deutschland viel teurer ist, Spiele zu entwickeln. Die Gaming-Branche wünscht sich deswegen auch Fördermittel vom Bund. Aber da gab es wegen des Haushalts, Streits und Sparzwangs zuletzt einen Dämpfer. Statt 100 Millionen Euro Förderung wird die Summe wohl deutlich kleiner ausfallen. Und das kann Wirtschaftsminister Robert Habeck den Gaming-Fans dann auch erstmal erklären. Er wird die Gamescom nämlich besuchen. Und ich frage mich, wo wird er dann wohl hingehen? Also ich würde mir die Halle mit diesen Retro-Spielen, also wenn ich hingehen würde, würde ich mir diese Halle anschauen. Denn da gibt es so schicke Automaten, so wie Pac-Man und so. Das finde ich cool. Ja, total. Für sowas kann ich mich auch richtig begeistern. Aber ich habe auch nochmal geguckt, was es so für Spiele-Neuheiten auf der Gamescom gibt. Und damit ich nicht so viel Werbung mache, beschreibe ich die mal nur. Es gibt natürlich Klassiker für Fußballfans, also für so jemanden wie mich, um an der Konsole auch mal zum Profi zu werden. Und dann kann ich in verschiedenen Rollenspielen auch durch Wüsten und Moore rennen. Ich kann in Fantasiewelten gegen Monster kämpfen, Fernbusse im Simulator steuern. Und, das finde ich auch ganz besonders, als Ameise in einer Ameisenkolonie unterwegs sein. Klingst du begeistert, Moritz? Ich habe ein bisschen Sorge, dass du morgen so als Cosplayer in Ameisenkostüm hier den Podcast startest. Oder so. Wir sind gespannt. Unsere Kurznachrichten. Solange wird sie nun schon herbeigesehnt, eine Waffenruhe in Gaza. Es muss aber weiter gehofft werden, denn sie wird im Moment nicht eintreten. Trotz intensiver Vermittlungsversuche haben die Verhandlungen darüber nicht ausgereicht. US-Außenminister Antony Blinken hat seine Nahostreise beendet, ohne eingreifbares Ergebnis. Israel soll den Vorschlag für eine Waffenruhe akzeptiert haben. Allerdings war die Terrororganisation Hamas davon nicht zu überzeugen. Wir können euch heute also nur sagen, die Gespräche für eine Waffenruhe sollen weitergehen. Nicht nur in Bremen, Niedersachsen, Sachsen, Anhalt sind die Sommerferien bereits zu Ende. Ab heute auch in NRW und im Bundeskabinent. Die Politiker kommen wieder zusammen zum ersten Mal nach der Sommerpause. Bundeskanzler Olaf Scholz wird das Treffen leiten. Die nächsten großen Herausforderungen sind unter anderem der Haushalt 2025, die Krankenhausreform und das Rentenpaket. Und der älteste Mensch der Welt ist gestorben. Die Spanierin Maria Brañas Morera wurde 117 Jahre alt. Sie ist friedlich eingeschlafen, heißt es von ihrer Familie. Im Laufe ihres Lebens hat sie nicht nur die spanische Grippe von 1918 überstanden, sondern auch zwei Weltkriege erlebt. Ihr eigenes Rezept fürs Älterwerden war, immer eine gute Beziehung zu Freunden und zur Familie pflegen und vor allem sich nicht mit toxischen Menschen zu umgeben. Keine toxischen Menschen in der Nähe. Super Tipp. Deswegen arbeite ich auch so gerne mit dir zusammen. Du bist ungefähr das Gegenteil davon, Moos. Und ich glaube, wir beide werden deswegen auch mindestens 117. Aber der Wahnsinn, so alt, ne? 117 Jahre. Total beeindruckend. Die Spanierin hätte vermutlich darüber gelacht, was Forscher der Uni Stanford in den USA und auch Forscher aus Singapur übers Älterwerden jetzt herausgefunden haben. Das Altern ist kein stetiger Prozess. Der Mensch altert in zwei Schüben, etwa mit Mitte 40 und mit um die 60 Jahre. Oh Gott. In diesen Lebensabschnitten ist es sowohl bei Männern als auch bei Frauen so, dass es im Körper auf der Ebene der Moleküle abrupte Umbauprozesse gibt. Ich versuche mich nochmal zu erinnern, wie das so war mit über 40 bei mir. Da könnte oder das könnte so manches Gesundheitsproblem in dieser Altersspanne nämlich erklären. Ab Mitte 40 ist es den Studienergebnissen zufolge so, dass es dem Körper einfach schwerer fällt, Fett und Alkohol abzubauen. Und das erklärt, warum sich der Kater nach einer Party schlimmer anfühlt als noch mit Mitte 20. Ich bestätige das. I feel you. I feel you, ja. Und das erklärt auch, warum Mitte 40-Jährige das Gefühl haben, sie müssten mehr Sport als früher treiben, um sich fit zu fühlen. Und dazu kommt dann eben auch noch, dass die Muskeln so langsam weniger werden. Und das passiert dann ab Mitte 60 auch nochmal. Da müssen wir also noch mehr tun, um fit zu bleiben. Dazu kommt auch, dass es dem Körper dann schwerer fällt, Zucker abzubauen. Und deswegen steigt dann nämlich auch das Risiko, an Diabetes Typ 2 zu erkranken. Klingt jetzt alles wirklich ein bisschen niederschmerkend. Wirklich? Deswegen hier die interessante Info, dass die Studie der US-Forscher nahelegt, dass nicht nur Frauen, sondern auch Männer offenbar so eine Art Wechseljahre haben. Das hat die Forscher auch überrascht. Super. Dich auch, ne? So interessant und aufschlussreich das jetzt ja alles ist. Wir müssen bei dieser Studie aber so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Das ist zwar eine Big-Data-Studie, weil die Wissenschaftler ihre Probanden eben sieben Jahre lang begleitet und auch immer wieder Blut- und Speichelproben von ihnen genommen und analysiert haben. Aber die Teilnehmergruppe, die war nicht wirklich groß. Nur 108 Personen waren darin. Und deswegen sind die Studienergebnisse jetzt nicht die Erkenntnis, sondern sie gelten vorsichtiger formuliert als wegweisend. Ja, man ist auch klar irgendwie so ein bisschen, weil am Ende macht dann vielleicht auch der Lebensstil relativ viel aus. Also wie viel Alkohol trinke ich, wie viel Schlaf bekomme ich, achte ich auf meine Ernährung, treibe ich Sport und so. Das ist ja auch einfach mega individuell. Nichtsdestotrotz gab es bei den Teilnehmern der Studie aber gewisse Schnittmengen. Und deswegen können die Wissenschaftler die Ergebnisse ebenso interpretieren und veröffentlichen. So, zum Abschluss vergessen wir die Studienergebnisse jetzt mal ganz schnell, denn das dürfte sicherlich viele freuen. Es ist wieder federweißer Zeit. Ah, was war das nochmal? Ja, das ist doch dieses prickelige, trübe und meist sehr süße, alkoholhaltige Getränk, das irgendwie auch noch nicht so ein richtig fertiger Wein ist, weil die Gärung noch nicht abgeschlossen ist. Anfang der Woche hat in Rheinland-Pfalz die Lese für den Federweißen offiziell begonnen. Und im Supermarkt, da stehen auch schon die ersten Flaschen. Aber denkt dran, wenn ihr den mitnehmt, nicht hinlegen. Ja, großer, großer Tipp. Der Flaschendeckel ist nämlich nicht ganz geschlossen, damit noch Sauerstoff drankommt an den Federweißen. Ja, das hätte ich mal vor ein paar Jahren wissen sollen, als ich das erste Mal Federweißer gekauft habe und die Flasche natürlich Anfängerfehler an der Kasse aufs Band gelegt habe. Ich hoffe, der Supermarkt kann es mir mittlerweile verzeihen. Da haben sie dir doch extra eine umsonst noch gegeben, Moritz. Das tat denen so leid. Bestimmt. Aber wenn ihr heute Federweißen im Supermarkt kauft, stoßt für uns mit an und denkt nicht so viel übers Alter nach. Das ist sehr wichtig. Das hat die 117-jährige Spanierin sicherlich auch nicht getan. Macht's gut. Bis morgen. Ciao. 15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.